Jo Leute, was geht ab? Heute nehmen wir euch wieder ein bisschen mit hinter die Kulissen, was bei Soulfood abgeht in der Reichenbachstraße. Wir machen heute ein kleines Family Get Together mit Münchner Gesindel zusammen und den Jungs von Eisbach. Das wird eine Legende. Hier, DJ macht heute Abend der legendäre Luki. Und kommt mal rein. Es geht so eine halbe, dreiviertel Stunde geht es auf jeden Fall los. Es gibt krasses Gulasch. Wir machen ein paar Gewinnspiele, machen Live-Sneaker-Raffle. Die neue Kollektion von Eisbach ist da. Wird auf jeden Fall cool Leute. Danke für euren Support und viel Spaß bei dem Video. Peace, ciao, ciao. Musik Wer ist jetzt von euch am besten? Ich bin echt toll. Wollt ihr euch sagen, wer ist der Champion? Ja. Also, was auf jeden Fall. Wir haben drei von euch. Wir haben vier Kulissen in der Reichenbachstraße. Der will anfühlen. Der hat erst drei Mal gewonnen. Einfach eine Schere schleifen und ihn macht ihn. Rock, 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 Paper, Rock 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 Paper. Rock Paper, Rock Paper, Rock Paper, Rock Paper, Rock Paper, Rock Paper, Rock Matchowner. Konjunktionslandsspausw. Hi,چ! Ja, wir machen heute auf jeden Fall immer so wieder mal so ein paar Minigames mit der Community. Danke für den Support über das ganze Jahr hinweg und so. Ich hoffe, ihr versteht mich mit der Lautmusik, aber wird ein geiler Tag. Let's go! Der Brotti hier. Wirklich jedes, bis jetzt jedes Soul-Proband, das wir da haben, war der Kollege da. Supporter seit Tag 1. Appreciate das. Und hier Ossi sowieso. Und der Leon, der passt schon, der ist noch heimlich. Nein, das war Leon, das ist auch verschiedene. Und jetzt machen wir die Goodie-Bags. So. Wir sind natürlich von München und Silvia, mit dem wir haben jetzt hier lange aufgezogen heute. Und jetzt heißt es in der Plastid-Community, jetzt gibt's Goodie-Bags. Let's go! Let's go! Let's go! Richtig gut gemacht. Mit Liebe gekocht. Meiner Tag unter Plastik Community heute wieder. Es war auch freundlich. Schön, dass alle da sind. Ja. Spaß war der Chat, Leute. Natürlich nicht. Ein bisschen Gras. Ich hab verstanden, willst du mit Gras? Nee, nee, reden wir mit Chili, mit Chili. Ich hab mal gekocht, ne? Ich hab mal gekocht. Aber die Antwort war dann klar mit Gras. Mit Gras. Schau mal, du kriegst von mir was. Pass auf, der Holger kriegt auch von mir was. Schau mal da runter. Ich hab viel geilere Sorkonis. Jooo. Wie kannst du dann bei Sport bei deinen ecken Dinger wiederholen? Bist du schwarz? Bist du schwarz? Holger? Viel oder wie? Danke. Holger, du hast es schon probiert, oder? Ja. Und was sagst du? Wie ist der Geschmack? Hot. Hotter shit und das. Wenn Holger das sagt, dann bedeutet das was. Der Gaumenschmaus kommt mir. Schön, dass du da bist. Was sagst du nicht? Was sagst du nicht? Was sagst du nicht? Du seid, Day one. Schön, dass du da bist. Ich gues deine Augen, Bruder. Ja, ja. Bruder, was meint ihr? Soll nur das Vertrag mit Feiern kommen? Schreibt noch die Vertrag. Auf jeden Fall. Das ist unser unser Praktikant gewesen. Praktikanten werden hier gebläst. Kriegt jetzt hier Bonasch for free aus der Hause. Okay, komm, wir geht. Komm, wir gehen. Oh, Leute. 1, 2, 1. 4, 5. Das hat jetzt die Möglichkeit, die so unglaubliche Art die Letzte zu verbinden. Ich hau jetzt in mein Handy eine Zahl zwischen 1 und 15. Wir fangen von hier an. Wer sagt eine Zahl? Und wer die Zahl richtig hat, pickt das hier an die Letzte von 3. Warte, Bruder, ich hau jetzt vor der Kamera an. Okay, ich fange bei dir an. Welche Zahl sagst du zwischen 1 und 15? Leute, ich schwöre, Alter. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre. Bruder, Maschine, der gar was gemacht. Der gar was gemacht. Der gar direkt 7. Der gar was gemacht, der gar was gemacht, Alter. Der gar was gemacht, Alter. Wahrscheinlich passt der sogar. Der ist so 55, 55. Sehr geil. Sehr geil. Was, Alter? Gebt durch dieser Junge einfach heftig. Direkt die 7. Jetzt suchen wir zwei Contester, die gegeneinander antreten und den Easy gewinnen können. Es geht darum, der länger auf einem Wein stehen kann, ohne dass er... einen Move macht und was sagen. Let's go. Jetzt suchen wir mal zwei Leute aus. Komm mit, Bruder. Wir haben hier schon mal den ersten Kandidaten, der mitmacht. Wir haben hier schon mal den ersten Kandidaten, der mitmacht. Wir haben hier den zweiten Kandidaten, der mitmacht. Wir suchen wir mit, kommen wir raus vor die Tür. Ihr beide, okay? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, diesen Easy zu gewinnen. Ihr müsst euch hinstellen auf ein Bein. Und wer von euch zuerst, sag ich mal, das Bein bewegt, das auf dem er steht, oder so hat verlor, der andere, die andere hat schon Easy geschickt. So lange es geht, wer von euch besser ist einfach. Okay, let's go. Okay, pass auf. Eins, zwei, drei, let's go. Man darf sich nicht bewegen, ich beobachte alles. Oh, knappes Spiel, knappes Spiel ist es hier. Wir halten durch. Eine Minute ist eh easy wahrscheinlich immer. Hier dir eine wunderschöne Easy-Dessex. Machst du deinen Fußgadamon? Ja, Bruder! Bruder, du hast gewonnen. Was soll ich da los machen? Bruder, hier hat deine Easy. Ich sag, du kannst uns zählen. Das ist eine kleine Größe, zwei, dreimal getragen. Das zählt dir einfach. Mich dafür, Bruder. Wie gefällt dir das Event heute? Super lauter. Alles in Ordnung hier. Sehr gut, freut mich, Bruder. Danke dir. und gut reagieren die Leute aus. W söp der ohne Es tut mir so leid, aber Essie war schon gut. Schau, Leute, ich bin trotzdem ein bisschen leer. Rock, paper, sister, shoot. Bruder, okay, okay, ladies, still do it. Good to play, ladies. Check the spoke friend, der ist hier dran. Rock, paper, sister, shoot. Mega, mega, schau. Welche willst du haben von mir? Ah, ich hab den. Die Frau hat sich den Union, nicht den Hyper, Royal, Hyper Crimson, I don't know. Geiler Schloch, lieber Geschmack, der geht Glückwunsch. Und den hier kriegt jetzt wer den besten Kameramann der Welt noch beschenkt, Bruder, der ist für dich. Wer ist für dich, Bruder? Danke dir. Hey, das Knappschaft noch am Start. Du hast dir gemacht, ja. Hey, das ist der Gin aus München hier. Let's go! Und wir in eine feste Mischung mit Denis Pico. Let's go, Father Prince, Father Ben. Let's go, 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 let's go. Bruder, der ist für die Kameramann, der beste Kameramann der Welt heute hier. Let's go! Das passt, oder? Reicht eine gute Mische. Hier eine Zitrone mit Reicht, oder? Oh, Maschine! Kann man das anfangen. Henrik Tonic. Ja, perfekt. Jetzt kann man hier eine Solfuhose gewinnen. Gehen wir zu der Crew hier. Schön, dass ihr da seid. Ihr könnt hier ein wunderbares Solfuhl Basketball machen. Pass auf. Hält jetzt eine Nummer. Beschreiten. Boah, wenn ihr euch mal nicht vertreten. Wenn ihr euch mal nicht vertreten, nicht passen, die haben die Hosen geschenkt. Okay? Zwischen eins. Zwischen eins und fünfzehn. Fang an. Nein. Zehn. Nein. 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 Okay, fangst du wieder an. Glückwunsch. Also, sein kann für den Bisschen. Always blessed in der Community. Danke für dieses Geld. Post kam gerade online, wie schnell es dauert, bis der Erste die Story sieht. Five minutes later. Okay, Leute. Die Jake hat als allererste auf die Story gesehen und hat mich angesprochen. Sie hat jetzt die Möglichkeit zu werfen. Hier ist der Punkt von dort. Du hast zwei Würfe, okay? Zwei Versuche. Let's go. Let's go. Let's try, Alter. Let's go. Let's go. Let's go. Das hier, das hier. Pass auf, was sie gewonnen hat. Erster Wurf. Alter, das ist echt krass. Der hat das hier. Ja, ja. Na, du leun. Na, du leun. Du leun. Du leun. Du kannst ihn einfach auch an deiner Größe haben. Ja. Die Größe hast du. Nein, nein, nein. Schau doch mit da an. Wenn ich hier sehe. 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 Ja, Bruder. Das ging heftig, Alter. Das ging brutal. Wir machen jetzt noch einen Tegel mit dir, wenn du den Süd hängst. Nein, nein. Ja, nein. Wie schmeckt ihr das immer? Kein Fahrrad. Pass auf. Die Sanchez kann jetzt auch was gewinnen. Sie kann jetzt eine, eine pinke, solfene Basketball aus gewinnen. Die Vanirat. Was ist passiert? Okay. JC Martin. Wetaling. Die Vanirat. 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 W doesn´t? Okay. Warte. Ich muss dich konzentrieren. Ich hab die ад critikert. Ich hab die yup dich ges summern. Okay. Nächste. Nächste. Der hat gewinnen. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Schau mal jetzt. Für dich. Schau mal jetzt. Unsere beste Community. Coole Leute, welche noch geblässt, welche auch. Und jetzt hier, schau mal, einer der größeren Gewinner. Wo ist die, die kleine? Für dich hier, brand-newer Black-White-Ducks. Digga, hast du auch so krass, dass wir das erste Mal getroffen? Bitteschön. Ja, aber viel Spaß. Guck mal, guck mal, guck mal. Eine Chance, Astro, eine Chance, Astro. Komm, Jalla. Jetzt auch Eisbach-Community-Messi. Ja, Astro hier. Der erste Bär-Kampsch hat zwei Moves und eine Eins-Messi. Jetzt auch noch eine Chance. Der erste Bär-Kampsch hat zwei Moves und eine Chance. Wie im Alltag-Messi. Das ist mein Name-Messi. Jetzt auch noch etwasinten. Immer schön. Am St. Frankreich位 bin ich, Commander. Der erste Bär-Kampsch hat drei Moves und ein rückanteil. Das war wirklich sehr gut. Wofür! Erstmal wünsche ich danke an alle die da waren und uns auch das ganze Jahr über supportet haben. Die ganze Münchner Gesindel-Crew. Jetzt los und wir raus. Es gibt den neuen Ebay-Dank zu gewinnen. Und wir haben hier eine wunderhübsche Glücksfee, die da fehlt. Wir schütteln jetzt. Hier alles legit, my soul food. Sie holt jetzt einen Namen raus, zeigt ihn uns erstmal, ohne dass ihn jemand zieht. Und gewonnen hat Nikolaus Kirschermann. Nein! Oh mein Gott! Du hast Tränen in den Augen, Bruder! Du bist krass! Oh mein Gott! Das machen wir! Danke, danke an alle! Nicht dafür, Bruder! Schau aus deinen Schuhen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich zeig jetzt ganz kurz in die Kamera! 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 Wahnsinn! Vielen Dank! Glückwunsch, Bruder! Danke, Jungs! So, ich gehe jetzt in die Kamera! We can't show you the camera! We can't show you the camera! We can't show you the camera! Wir machen unsere Abendsrost, nochmal ein Freestyle-Bandle! Zwischen den beiden und schießen, wir haben das Bein getraucht. Er hat sich von schon gewiesen. Und jetzt unser Koch Ludwig, der kann auch gut freestylen! Danke erstmal auf das Gulasch, Bruder! Und jetzt kommt 3-Taktes Schlagabtausch, let's go! Okay, let's go! Empty Ludwig! Heute am Start komm ich trage Valanciaga Speedfantast-Buddy, Speed in der Nase, aber A-Bahn-Spaß, Trino, feines weißes Koks Ah, ich bin auch da für euch, du bist die Brut Ball auf Los, Baller Lines, weil ich wieder weg bin live Und ich schreib wieder Zeit, weil ich wieder übertreib Guck deine kleine Lutsch mein Schwanz und ich schreib jetzt wieder Zeit Guck ich mach jetzt was ich live, guck ich mach jetzt was ich mein Guck ich mach jetzt was ich schreib, guck ich schreib jetzt diese Lines Und die Kleine guck sie lives, auf ins Rang und so und scheiße Kennst du Hass und A, ich kenn die Liebe, Brut Ich war heut schön in Bemba, A, die fliegen, A, die fliegen, A, über die große Brut Ich trage J, Brut, die Liebe ist dann große Nur noch Nike, Brut, ja, ist die Frage, heute Abend bin ich am Start Du jetzt von meiner kleinen Brut, ja, ich geb dir eine Klatsche einfach am Arm, A Gib mir Wodka, was für Schivas und die Messlache noch tiefer Halb auf sechs vor meinem Dealer, Wazit nicht schon, sondern Lila Ich scheiß jetzt auf deinen Siebner, rip dich ab und dreh dich nieder Ich hol mir deine kleine, sie schlugt mir wie ein Siebner Ball auf Los und Baller Lines, sieg mir Freestyle, guck ich schreib Wie der Lines sich übertreib, guck ich weiß nicht was ich meine Du bist this Rap, we come back up Komm an mein Ego ran, ich lebe heute wie der Gas Ich überfliege heute einfach wie sie stark in der fucking Arm Du redest von meiner Wirtschaft, ich rede von fucking fucking A Ich leg sie alle flach, nehm sie alle hops an Drei im Club, wo die eine hops, wo die nachher arm, bei mir der Arm im Arm Keine kleine, die liegt mir im Arm, wo ich schreib wieder die Zeilen Und die ist arm, wo ich war wieder wie ich Zeilen Ich schie, 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 bahn Mach jetzt los, nicht Baller Lines Pimbo fritzender, weil ich übertreib, guck ich ran, schreib die Zeilen über... Egal wieder was ich mach, ich baller wieder Zeilen, abgefuckten Ich schreib die Zeilen und schreib mal nach, 089, denn die Stadt ist richtig fucked Okay, steinfacht noch und da noch einer, du, let's go! Ja, ja, gib mir mal einen... So, ein Einfee-Bexel und dann Okay, du startest, oder? Du startest? Jeder noch, jeder noch. Drei bars. Let's go! Drei bars und dann off, guck mal fucken Ja, let's go, let's go! Pop the job, gib mir Rocks, gib mir Crack on the rocks Und ich schreib wieder Back in Top und deine kleine Cooks, sie rock Check die Veeder Flops und ich mach wieder was ich will Und ich bin wieder Crack, ich pin und ich schreib wieder was ich schimp Check die Flows, aggressiv, meine krassen Lights sind wieder Back Ich überdreck, weil diese Stadt es wieder schreibt Schreibt jetzt Teilen auf den Blatt und ich schreib wieder Back im Takt Und deine kleine Cooks, sie suck auf den Beat und ich mach Flop Hopp, hopp Ah, danke für das Mic am heutigen Abend Lauter, lauter Komm, sie kann euch mies lassen Ah, gib mir mal später noch im Mic am Abend Komm mal ran, komm mal ran Ich trag heute mies, verdammt Ah, schneller fahren mit dem Skateboard unterwegs Ja, ich chille heute Abend Ah, mit meinem Fäß am Fack Komm, gib mir heute Abend alles wieder ab Schnapp, nehm ich dir die Baggy ab Mit dem Panzen drin auf Nats Uff, will's nicht da, ah, sind sie dann Ich will dem Benzer beamen, B oder Lampo fahren Keine Frage, alles haben, alles, alles haben Ich bin hungrig, Haifisch, Bruder, immer abends Dicke Boards, guter Taste, keine Bricks, keine Haare Straight oder Jungle liefer ich hier nur die feinste Ware Hier ist nichts geschreckt, alles rein und unversetzt Aber trotzdem aus Prinzip nochmal Gewicht abgecheckt Das ist Scrap Es ist besser wie Bombay, besser wie alle anderen Scheiß Könnt euch so fückeln Mastorovie Mastorovie, Brate Ich bin mir nicht da, ah, sind sie 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 Ich bin mir nicht da, ah, sind sie